Hallo, ich bin der Mario, 20 Jahre alt, komme aus Wagren, studiere Deutsch und Geschichte auf Lärm und habe vor knapp zwei Monaten ein Buch ausgebracht namens Bundesregierung Short 2, in dem ich unsere Bundesregierung, unsere aktuelle, ein bisschen auf den Zahn fühle, satirisch und mit dem ich eigentlich meine Leser hauptsächlich zum Lachen bringen will und auch vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen über unsere Politiker aneignen lassen will.